In diesem Video geht es um den Widerstand in Deutschland. Ich sitze hier mit Anja und Jens aus Rostock. Seid gespannt, los geht's! Hallo ihr Lieben, wie schon gesagt, wir sitzen hier in Berlin-Kreuzberg an einem der kriminellsten Orte, die es gibt in Deutschland, im Görlitzer Park und ich freue mich sehr, dass ihr mal dabei seid und dass wir uns hier mal begegnen. Hallo Anja! Hallo Björn, hallo liebe Zuschauer! Was hast du für einen Eindruck von Berlin, nach zwei Tagen, die ihr jetzt hier seid? Es ist auf jeden Fall eine krass andere Welt, als die, in der wir uns uns bewegen. Es ist laut, es ist voll, es ist bunt und das im positiven wie im negativen Sinne. Also ich mag durchaus die Vielfalt, ich mag sozusagen, wenn das Leben tobt, aber ich sehe auch sehr viel Armut, sehr viel Dreck und sehr viel Elend und sehr viele Probleme unseres Landes hier auf diesem Raum sozusagen nochmal fokussiert, wieder gespiegelt. Ja und ihr engagiert euch ja auch inzwischen seit mehr als drei Jahren für den Widerstand, für die politische Kritik, die hier passiert in diesem Land, die immer mehr Menschen jetzt erkennen, dass hier es so nicht weitergehen kann. Stichwort sind Landwirte, aber begonnen hat es alles mit der Corona-Pandemie, die wir von den Maßnahmen her sehr kritisiert haben. Bevor ich Jens gleich frage, wo stehen wir denn jetzt? Wo sind wir gerade? Sind wir ein Team? Halten wir fest zusammen oder sind wir gespalten und verstritten? Also wo steht, nicht wo steht das Land oder auch dieses Land, wo steht der Widerstand? Kannst du gerne ein bisschen weiter runterhalten, dass man dich sehen kann? So ist es schöner, ja. Wo steht unser Widerstand? Also wir sind alles Menschen, die jetzt seit Jahren regelmäßig auf die Straße gehen, die auch privat sehr viel investiert haben, weil dieses Corona-Planemie uns geweckt hat, weil plötzlich etwas sichtbar wurde. Also bei mir persönlich war es so, dass ich vorher schon gefühlt habe, dass das, was ich fühle, nicht mehr mit dem, was außen erzählt wird, übereinstimmt. Und ich habe eine große Vereinzelung gespürt. Und dieses Corona war so gesehen für mich persönlich dann ein kleiner Glücksfall, weil es plötzlich sichtbar wurde. Also alles, was nicht stimmt, die Lügen wurden sichtbar und man konnte es benennen und man hatte Fakten, an denen man sich orientieren konnte. Das war eine Zeit, da war es leicht zu sagen, bis heute einer Meinung zu sein. Also wir waren gespalten, dieses Land, in Corona-Maßnahmen, Befürworter und Kritiker. Aber unsere Bewegung, in was ich eigentlich, es war egal, wie studiert man war, ob man alleineziehende Mutter ist oder das hat keine Rolle gespielt. Es war leicht, sich nicht in diesem untertanen Wahnsinn mit dem Masken nichts mitzumachen, sich dieser Impfung zu verweigern. Und mittlerweile wissen wir, also der Widerstand wird mit so vielen Themen, werden wir umhergetrieben. All diese Themen sollen Angst auslösen, sollen uns spalten. Und ich denke, in der Situation sind wir im Moment, dass wir uns wiederfinden müssen, wieder ein Widerstand werden müssen, weil wir im Moment eben lauter Einzelinitiativen, lauter Einzelmenschen sind, die versuchen, ihren eigenen Weg zu gehen. Und das werden wir so nicht schaffen. Wenn wir dieses Land verändern wollen, für die Kinder und Enkelkinder in diesem Land, dann werden wir wieder eine Bewegung werden müssen. Oder müssen, sagt der Jens immer, ist kein gutes Wort, aber es wäre zu wünschen, dass wir das schaffen, wieder uns besser zuzuhören und zusammenzuarbeiten. Danke, Jens. Was hast denn du da für Vorschläge, wie das passieren kann, dass es nicht den Reichsbürger gibt, der mit seiner Preußenflagge auf die Demo geht und dann nicht mit dem Corona-Maßnahmenkritiker zusammenlaufen möchte, der Dritte, der aber unbedingt dieses Israel-Hamas-Thema aufgreifen möchte, dann der Vierte, der einfach nur wegen der Landwirtschaft auf die Straße geht und der Fünfte, der möglicherweise einfach abgenervt ist von dieser erneuerbaren Energie, die uns alle so unglaublich hohe Kosten beschert hat jetzt und immer noch mehr bescheren wird ab Januar 2024, wenn dann auch alles zusammenkommt mit der Mehrwertsteuer, mit der Autobahnmaut und der zerstörten Landwirtschaft. Was können wir tun, dass wir uns alle den Schulterschluss geben und einfach als Gesellschaft zusammen an einem Strang ziehen? Das sind ja viele Fragen. So, also wer Anja und mich kennt, so aus Rostock, wir haben also in den letzten drei Jahren doch sehr viel bewegt, sehr viel erlebt und in vielen Gesprächen formuliere ich dann auch, dass wir in einer Stadt wie Rostock mit begrenztem Territorium das erlebt haben, was die Gesellschaft als Ganzes erlebt. von Hass, Hetze, Spaltung, von Ignoranz, von vielen Dingen, die ich oder wir initiiert haben, die seitens der Stadt, des Landes, der Politik nicht angenommen worden sind. Und ich tendiere immer, oder es liegt in mir, zu fragen, also was ist die Zahl vom Komma, was ist wesentlich? Was sind so kleinteilige Dinge, was soll spalten? So, und die Überlegung, die uns umtreibt im Moment, ist halt die, dass wir uns fragen oder ausgehen von der Situation, dass wir wie so eine Art Problemblumenstrauß haben, wenn wir die Themen aufzählen, glaube ich, wird es das Video sprengen, also von Krieg, Frieden, Corona, Impfpflicht, Hamas, von Klimawandel, von dem politischen System, was wir haben, jetzt von Rostock aus gesehen speziell, sind die Möglichkeiten, die Bürger oder Menschen haben, kommunal mitzubestimmen, sind die halt umsetzbar? Da haben wir selber die Erfahrung, dass es eben nicht umsetzbar ist. Es gibt in Deutschland mehrere Beispiele, dass also Bürgerbegehren für Bürgerentscheide als unzulässig erklärt wären, in Thüringen sogar Volksentscheide da nicht zulässig sind. Und wenn ich das so Ganze einschätzen würde, nach diesen dreieinhalb Jahren Widerstand, hat diese Gesellschaft, hat der Widerstand, hat die Friedensfreiheits- und Wahrheitsbewegung eigentlich alles in einer Größe und Dimension in der Hand, wie es noch nie zuvor in der Geschichte oder in den letzten Jahren vorhanden war. Also wir haben dutzende Initiativen für fast wohl jedes Thema dieser Gesellschaft. Ob Gesundheit, ob Energie, ob Bildungswesen, ob Politik, ob Medien, das ist das eine. Es gibt verschiedene Parteien, Parteienitiativen. Wir haben auf der anderen Seite eine große Initiative für die Aufklärung des ZARF. Was ist in der Corona-Pandemie schiefgelaufen? Wie konnte es passieren, die Grund- und Menschenrechte so derart einzuschränken? Das haben wir, wo also Dinge rauskommen. Wir haben unsere freien Medien. Wir haben die freien Medien, also selbst das haben wir. Und es gibt zwei, zwei... Ich zeige gerade, weil das sind ja hoffentlich freie Medien, die ich hier mit euch gestalte. Wie du, Björn, ja genau. So, und dann haben wir die wahrscheinlich 200, 300 kluge Köpfe in diesem Land. Wir haben hunderte Ohrgas, Ohrgas bundesweit. Und es gibt Millionen, und es sind wirklich Millionen, aufgewachte Menschen in den letzten vier Jahren. Das gab es noch nie. So, und ich, mein Gefühl, wenn ich das von oben betrachte, also was ist vorm Komma, was ist wesentliches, dass wir alles in der eigenen Hand haben, um diese Gesellschaft quasi, wie sage ich immer, vielleicht auch zu verändern. Pippi Langstrumpf, wir machen uns die Welt, wie es uns gefällt. Wenn es uns in dieser Bewegung gelingt, sich wirklich zu vereinen, sich irgendwie zusammenzuschließen, das Struktur reinzukriegen, und da habe ich immer das Bild von 1989. Natürlich gab es die friedliche Revolution in Deutschland, ein Glücksfall der Geschichte. Millionen Menschen wussten, was sie nicht wollten, aber eben nicht wirklich, was sie wollten. Mit wem, wer soll das organisieren, wer soll das machen? Und wie kommen wir dahin, indem wir uns alle, jede Initiative, jeder kluge Kopf, die freien Medien, sich die Frage stellen, was ist denn die zentrale oder zentralste Frage für dieses Land? Gibt es eine Frage, eine zentrale Frage, bei deren Beantwortung alle, alle anderen Themen, die in diesem Land, in diesem Problemblumenstrauß drin sind, automatisch auf die Tagesordnung kommen würden? Meiner Meinung nach gibt es die, dass wir uns mit dieser Frage beschäftigen. Und wie beschäftigst du dich mit der Frage, hast du die Antwort auf diese Frage, die Jens gerade so öffentlich stellt? Also wir haben da eine Idee, ja, das gibt die Antwort auf diese Frage, oder wir haben eine Idee dazu, beziehungsweise es ist eigentlich die Idee von Jens, der sich da sehr mit den theoretischen Sachen beschäftigt hat und ich überzeugt das voll und ich unterstütze ihn dabei und, ja. Ihr macht mich damit schon ein bisschen neugierig und unsere Zuschauer möglicherweise auch. Ohne den Rahmen jetzt sprengen zu wollen, was könnte denn das Glied sein, auf das wir uns alle einigen können, unser gemeinsamster, kleinster Nenner? Ja, ich will jetzt mal auch mit dem Bild beginnen. Wir sind da, wo wir sind in dieser Gesellschaft, weil sie war, wie sie war und ist, wie sie ist. Bleibt diese Gesellschaft, bleiben die Rahmenbedingungen, das Korsett, ich sage mal Spielwiese, eine eingegangte Spielwiese, bleiben diese Rahmenbedingungen, auch künftig so, werden die Ergebnisse nicht anders sein. Also gemäß Einstein, es ist die Definition von Wahnsinn, immer das Gleiche zu tun und auf andere Ergebnisse zu hoffen. Und was mir da besonders gefällt, ist, also im Bild, was der Hans-Geob Maaßen ins Spiel brachte, also es gilt Deutschland wieder vom Kopf auf die Füße zu stellen. So, und dahingehend die Idee quasi, schauen wir mal ins Grundgesetz, stellen wir das Grundgesetz vom Kopf auf die Füße. Was ist dann der erste Artikel? Welcher Artikel würde, wenn wir das Grundgesetz vom Kopf auf die Füße stellen, ganz oben sein? Und das wird Artikel 146 sein. So, und da kann jeder sich den Artikel 146 nehmen. Also dieses Land gibt sich eine Verfassung, das Volk, das Land erarbeitet sich eine Verfassung und schließt diese Verfassung. Und wenn es gelingt, dass alle Initiativen, alle Menschen, die gesamte Bewegung, dieses Bild verinnerlichen könnte, ja, also wir möchten dieses Land, dieses Grundgesetz umsetzen, diesen demokratischen Artikel friedlich umsetzen, dann glaube ich, dann weiß ich, dass alle Themen, die stehen, alle, die jede einzelne Initiative hat, auf die Tagesordnung kommen werden. Und ich weiß, das fühle ich, das ist wie ein Tausendteile-Puzzle. Wir haben alles, wir haben Tausendteile als Puzzle. Es fehlt das Bild. So, und wenn wir die Medien nehmen, da gibt es Leuchtturm ARD. Wenn wir die Ärzte für Aufklärung nehmen, die sagen, wir möchten den WHO-Vertrag, der muss weg. Und dann gibt es wo verschiedene, oder wenn wir das ZAF nehmen und sagen, wir müssen aufklären. Das alles läuft einzeln, gelingt es aber, da ein Gesamtbild, man fängt kein Tausendteile-Puzzle an, ohne ein Bild zu haben. Und der Vorteil dieses Bildes, dieser Gemeinsamkeit, dieser Friedensfreiheits-Wahrheitsbewegung wäre es, dass jede Initiative, jeder kluge Kopf, die Medien in diesem Tausendteile-Puzzle genau an dem Platz liegen, wo sie hingehören und dort ihre volle Wirksamkeit entfalten können. Weil ich es so sehe, es reicht nicht aus, die Medien mit den Medien ins Gespräch zu kommen, dann ist die Gesellschaft verändert. Es reicht nicht aus, den WHO-Vertrag zu verhindern, wenn die Spielwiese, die Rahmenbedingungen unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens noch genauso sind. Dann sind wir wie bei Hans-Georg Maaßen, auch in der DDR gab es eine Opposition. Es war die Opposition im Sozialismus. Etwas anderes wurde nicht geduldet. Und vielleicht abschließend nochmal, nach vier Jahren, fast vier Jahren dieser Friedensfreiheits- und Wahrheitsbewegung, haben wir alles in der Hand. Es ist in einer Größe und Dimension vorhanden, wie es noch nie da war. Und gelingt es, das in einem Bild, in ein Tausendteile-Puzzle zu nehmen, hat jeder seinen Platz. Die Orgas, die Millionen Menschen auf der Straße und diese Initiativen werden nämlich dann gebraucht, wenn die Fragen für diese Gesellschaft stehen. Und da ist halt das Grundgesetz vom Kopf auf die Füße zu stellen, aus meiner Sicht der wesentlichste Schlüssel. Weil dazu werden alle Initiativen, Ideen, Klüren, Köpfe und so weiter gebraucht. Anja, du möchtest gleich was anhängen. Ich möchte dir aber gleich die Frage noch dazu stellen, wie geben wir uns selbst wieder eine Verfassung? Aber erzähl erst mal. Ja, also du hast gerade... Du hast dich ganz so nah, weil sonst es immer übertönt. Also Björn, du hast gerade die Frage gestellt, ob es um... oder du hast das Wort benutzt, den kleinsten gemeinsamen Nenner. Und ich glaube, genau darum geht es nicht. Es geht nicht um den kleinsten gemeinsamen Nenner, auf den wir uns kompromissmäßig einigen. Es geht darum, dass wir... Etwas, was Jens auch sehr gerne sagt, wir sind die Summe unserer Stärken. Und nicht der kleinste gemeinsame Nenner ist unsere Stärke, sondern jeder soll auf seinem Gebiet voll wirken können. Wir haben so viele... Jetzt ergänze ich gerne nochmal so viele tolle Initiativen, kluge Köpfe. Und wir haben eben uns... Ich glaube, die Ulrike Gourou hat mal den Begriff geprägt, der Souverän von der Straße. So sehen wir uns ein bisschen. Und da sind Jens und ich natürlich auch nicht Rostock, sondern gibt es den Andreas, gibt es den Reif. Da gibt es so viele Menschen, die seit drei Jahren auf die Straße gehen. Und es wäre wichtig, dass wir das alles wieder bündeln können. Und das ist eben die Idee. Wieder ruhig gerne eine Frage nochmal. Das war jetzt, wie geben wir uns eine Verfassung... Wie geben wir uns selbst endlich eine Verfassung? Ja. Ganz klar und ganz provokant. Denn ich möchte überhaupt nicht behaupten, dass wir eine Verfassung besitzen. Jetzt und hier. Genau. Wir wissen ja, also alle aufgeklärten Menschen wissen, dass unser Grundgesetz keine Verfassung per se ist. Also wir sind eine Verfassung und es geht uns darum, sozusagen diese Debatte anzuführen und dieses Thema Artikel 146 Grundgesetz als Werkzeug zu benutzen, unseren Widerstand wieder zu vereinen. Und es stellt sich die Frage, warum konnte das dann alles geschehen mit unserem Land? Wir haben ein Grundgesetz, wir haben Menschenrechte, wir haben Freiheitsrechte. Warum konnten die so ausgehebelt werden? Und wie können wir es fertigstellen, dass das nie wieder passieren darf? Und für uns ist es wichtig, dass Menschen an dieser Debatte beteiligt werden und dass es eine Diskussion dazu gibt und sozusagen ein bindendes Element für unseren Widerstand. Weil es ist so, wie Jens sagt, es ist ja alles da. Wir haben zu jedem Thema, Medien und so weiter, die ganzen Experten. Wir haben die klugen Köpfe. Wir haben den Souverän von der Straße. Jetzt gebe ich vielleicht gerne an Jens weiter. Ja, Jens, wir haben so viele Menschen auf der Straße und wie Anja sagt, so viele Experten. Trotzdem ist der richtige Durchbruch, auch dass wir medial stattfinden, auch dass endlich diese GEZ-Medien, die aus meiner Beobachtung immer mehr jetzt umschwenken und jetzt auch immer mehr auch mal hier und da einen kritischen Bericht mit dazwischen schieben, wie MDR, auch wenn er aus der Mediathek jetzt wieder verschwunden ist, mit den verunreinigten Impfchargen. Dann ist es ja so, dass es geheim gehalten wird vor dem Souverän, dass wir an so vielen hundert Orten, nicht nur in Rostock, nicht nur in Leipzig, nicht nur in Schwerin und nicht nur in München oder Stuttgart, sondern wirklich an vielen hundert Orten jeden Montag seit drei Jahren auf der Straße sind. Was können wir tun, dass wir überhaupt richtig erkennbar in die Mitte der Gesellschaft rücken, da woher wir ja auch kommen? Ich sehe alle Alterskategorien, ich sehe alle Berufskategorien in diesen Demos, auf diesen Demos und trotzdem ist es einfach so wie bei der aktuellen Kamera, dass es gar nicht stattfindet. Offiziell wissen die meisten Menschen gar nicht und denken heute laufen ein paar Irre durch Rostock und haben dabei gar nicht das Wissen, dass es in anderen Städten auch passiert und zwar genau in derselben Minute. Das können wir daran ändern, dass das endlich funzt und überhaupt diese Kritik durchschallt zu den Menschen. Und ruhig ein bisschen weiter weg, sonst übertönen wir uns. Danke. Also die Zauberantworte, die eine Antwort habe ich auch nicht. Das ist ja das, was ich vielleicht in der Situation bemängelne oder kritisch sehe, dass die klugen Köpfe, die Initiativen alle meinen, einzeln und allein und mein Weg ist richtig und nur der Weg ist richtig, ob ich die Partei mache, ob ich eine neue Partei gründe, ob ich nur den WHO-Vertrag nehme, ob ich sage, ich will in die Politik, ich will nicht in die Politik. Ich weiß nicht, ob es jetzt direkt zur Antwort auf die Frage führt, aber ich glaube, eine Hilfe für alle ist es, wenn wir eine neue Gesellschaft wollen und das ist Herausforderung genug, dann zu sagen, ich möchte diese selber vorleben. Toleranz, Zwischenmenschlichkeit, Widersprüchlichkeit, dieses Akzeptieren, dass es also Menschen gibt, die diesen Mainstream-Medien folgen, dass es Politik gibt. Ich halte es für gefährlich und nicht gut, zu sagen, also mit den Menschen rede ich nicht, mit denen nicht und mit denen gar nicht. Wie gesagt, Rostag und Klein haben wir das erlebt. Was ja auch die Gesellschaft im Großen ist, wenn die Menschen dieser Bewegung, die klugen Köpfe es nicht schaffen, ein Klima des Dialogs in der Bewegung, aber auch nach außen zu schaffen, sind wir nicht besser als das bestehende System. Wenn wir sagen, mit denen rede ich nicht, die sind doof, die haben Fehler gemacht und so weiter und so fort, dann ist es dieselbe Medaille, nämlich was wir erlebt haben, Ausgrenzung von der Seite, was wir von der Seite machen. So werden wir nie eine neue Gesellschaft schaffen. Ich sehe es als problematisch an und Anja, wir sind ja unterwegs, Kontakte herzustellen zu verschiedenen Menschen, dass der Widerstand oder diese Bewegung für Menschen, für kluge Menschen ein Geschäftsmodell geworden ist. Bücher verkaufen, Vorträge. Sie werden es auch verkaufen? Ja, wir unterscheiden uns jetzt in der Dimension, die ich meine. So, dass du mit deinen Sachen, das ist nicht die Dimension, die ich meine. Wenn es also nächstes Jahr Vorträge geben wird, wo klug Köpfe hinfahren, die dafür aber bezahlt werden sollen und müssen, um dort Vorträge zu halten. Wenn Bücher verkauft werden, wenn nur die Videos gemacht werden, das ist dann immer wie ein Arzt, der sagt, da muss was gemacht werden. Also eine MRT, die verdienen wir ganz gut, schieben rein und sagen dann zu dem anderen Arzt, da muss was gemacht werden. Also es gilt, sich zusammenzuschließen. Es gilt, erst mal irgendwo die Köpfe zusammenzubringen, die verschiedenen Initiativen zusammenzubringen, irgendwo eine geschlossene, also eine gemeinsame, einen Dialog herzustellen. Es ist falsch zu erwarten, Jens Kaufmann, Björn Banana oder Anja, wir haben jetzt dieses Allheilmittel. Also das ist ja schon wieder voroktroyieren, irgendwas, was zu machen ist. Aber deswegen bin ich immer vorm Komma, wo wollen wir hin, was ist das Wesentliche, was sind die Zahlen nach dem Komma? Ja, die Medien und wie sie umgehen und aus der Mediathek. Wenn wir das nehmen, vor dem Komma steht eine Zahl, dann kommt nach dem Komma, die erste Zahl ist Medien, dann kommt irgendwann, kommt mal die Mediathek. Ändern wir die Mediathek, passiert in dieser Gesellschaft nicht. Wird der WHO-Vertrag geändert, ich hatte es vorhin schon mal gesagt, dann haben wir noch nicht gewonnen, dann haben wir keine neue Gesellschaft, dann haben wir keine bessere Gesellschaft. Also dass die Menschen, alle die sagen, nein nochmal, wir leben, wir sind heute da, wo wir sind, weil die Gesellschaft war, wie sie war und ist, wie sie ist, bleibt die so. Wird vom Wesen her, von der Zahlform Komma nichts geändert, werden meine Enkel, deine Kinder, werden in diesem gesellschaftlichen Gatter weiterleben. Und da hilft uns halt Rostock, wenn wir also vorgegeben bekommen, so soll diese Demo-Form sein. Und wir sagen, nein, wir wollen die Spielwiese haben, auf der machen wir die Demo, dann kommt doch bitte zu uns und spielt mit uns. Und viele andere Dinge, die wir klein erlebt haben, Rostock, die lassen sich so wunderbar auf die ganze Gesellschaft übertragen. So, ich halte es für sehr kritisch, wenn es zu lange wird, sagst du Bescheid. Also wenn wir Orgas haben, bundesweit, die einen Slogan haben, nach der Demos, vor der Demo. Ich halte es für sehr kritisch, Ressourcen, Material und Menschen aufzuwenden, wenn wir im Oktober irgendwo in Deutschland sitzen und nach einer Demo sich dann verschiedene Leute zusammensetzen. Und im Oktober schon eine Demonstration, eine Versammlung für Juni 24 bleibt. Ein Dreivierteljahr im Voraus. Was ist jetzt das Ziel, Demos zu organisieren? Das nennt sich wie ein Event an. Ist das Ziel, im Kreis zu laufen oder so? Also ich halte es schon für sehr wichtig, was ist die zentrale Frage in diesem Land? Und ja, wenn wir das Grundgesetz vom Kopf auf die Füße stellen, mal die Augen zu schließen, einen Moment zu fühlen, welche Fragen hier alles beantwortet werden müssten. Es sind alle Fragen. Alle Fragen. Ob wir das digitale Geld nehmen, ob wir Kriegfrieden nehmen, ob NATO ja, nein, EU, WEF, wie ist das Politiksystem, das Schulwesen, das Bildungswesen und und und. Und diese Fragen stehen alle, wenn sich dieses Land, die Menschen zusammenschließen und dies thematisieren. Es ist der Auftrag im Grundgesetz und spätestens mit der Deutschen Einheit 1990 hätte dies auf die Tagesordnung gemusst. Schaffen wir das nicht? Bleibt das System so, wie es ist? Und das ist, was der Jens gerade gesagt hat, ist mir eben wichtig, es ist sozusagen, es steht im Grundgesetz, es ist ein friedliches Mittel und es ist unser Auftrag, der uns im Grundgesetz gegeben worden ist. Und wir nennen uns Frieden, Freiheits, Demokratie, Bewegung oder wie auch immer. Und das ist für uns wichtig. Der Weg wäre legal, er ist friedlich und er ist eben der Verbindungspunkt von der Gesellschaft, in der wir jetzt leben, mit den Bedingungen, sozusagen uns, so wie Jens es immer sagt, auf eine neue Spielwiese zu begeben und sozusagen unser Zusammenleben neu auszuhandeln. Jedes Thema auf dem Tisch, unser Menschsein auf dem Tisch, unsere Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, völlig verändern. Und das ist eine Erfahrung, die ich sehr schön gemacht habe während der Corona-Zeit. Das ist mir sehr schnell klar geworden. Die Menschen schon zu Corona-Zeiten, die auf die Straße gegangen sind, waren sich alle einig, sie wollen kein Zurück. Es ging eben nie darum, dass Corona einfach vorbei ist und dann ist alles, wie es mal war. Sondern fast jeder, mit dem ich gesprochen habe, hat geäußert, wir wollen kein Zurück. Wir wollen jetzt, also unser ganzes Zusammenleben, unsere Menschlichkeit steht mit auf dem Tisch, steht mit in Frage. Wie wollen wir zukünftig miteinander leben? Wie wollen wir mit unseren Alten umgehen? Wie wollen wir mit unseren Kindern umgehen? Was sind eigentlich die Werte, die wir wirklich haben und noch mit Leben füllen wollen? Wie soll ein Gesundheitssystem aussehen? Muss das so sein, wie es jetzt ist, sozusagen eigentlich irgendwie auch nur eine Maschinerie, wo es um Geld geht und so weiter. Alles gehört auf den Tisch, damit wir sozusagen eine friedlichere, bessere Welt dann an die Kinder übergeben können. Ja, ich muss mal das Bild noch. So als Bild. In dieser Bewegung haben wir, ich fange mal mit den Staatsanwälten, Rechtsanwälten an. Also es gibt doch die Menschen aus diesem Fachgebiet und die werden doch dann gebraucht, wenn die Gesellschaft sich die Frage stellt, mit welchem Recht wir leben wollen. Die Justiz, die Rolle der Gerichte. Wir haben die Ärzte. Da ist doch die Frage, das sind doch die Fachleute, die dann gefragt werden, wenn sich unsere Gesellschaft mit der Thematik oder ein Teil der Gesellschaft befassen würde. Was ist das Gesundheitssystem wollen wir? Was ist mit Heil- und Naturmedizin? Wir haben Eltern, wir haben Lehrer, die sind doch dann gefragt, wenn es darum geht, was wollen wir für ein Bildungssystem? Ist das jetzige Gut? Wie wollen wir es denn haben? Was ist mit Kitas? Was ist mit freien Schulen? Wir haben unsere Medien, eine Vielzahl von Medien, die doch dann mit diesem Leuchtturm ARD, was ich vormeine, die würden doch bei dem Thema Medien als Fachleute gebraucht werden, ihre Erfahrungen reinzubringen. Das ist, was ich sagte. Wir haben doch die Fachkompetenz, im Gegensatz zu anderen Menschen, die jetzt Verantwortung für dieses Land haben mit Berufsabschlüssen. Was haben wir noch für Themen? Politik, es gibt, oder Wirtschaft. Es gibt bekannte Ökonomen in diesem Land, die eben auch Vorträge halten, aber die werden doch dann gebraucht. Das wollen wir von der Ökonomie haben. Wie soll denn dieses System sein? Wann Sozial, wann Marktwirtschaft. So Politiksystem. Was ist mit Erst- und Zweitstimme? Was ist mit dem Bundestag? Was ist mit der Rolle der Parteien? Es steht, die Parteien tragen zur Willensbildung bei. Aber ist das Willensbildung, was hier passiert? Wie soll das umgesetzt? Soll das erneuert werden? Wenn ja, wie? Dass also nicht nur Parteien vielleicht im Bundestag sind, sondern ich weiß nicht, ob man Expertenrede machen kann, dass man wirklich will dieses Land, wollen die Menschen eine Art Bedingung ist vielleicht noch nicht mehr das richtige Wort. Wer darf denn in so einen Bundestag? Wie viel Expertise muss man denn haben? Wie viel Berufserfahrung? Wie viel Sachkompetenz ist denn dafür notwendig? Und das sind doch Fragen, die sich doch nach diesen zwei Jahren Ampelpolitik, die sich so offensichtlich der Bauern, nehmen wir die Bauerndemos, die wir jetzt haben oder die kommen sollen. Natürlich ist auch die Landwirtschaft ein Thema und da gehören dann Bauern dahin. Ob da ein Schirmeste mir hingehört als Landwirtschaftsminister, weiß ich nicht. Aber Sachkompetenz, Menschen mit Berufserfahrung. Und ich glaube, damit wird ja jede Initiative, die ich vorhin angesprochen habe, wird ja gebraucht. Mit der Expertise auf dem Gebiet, was sie hat. Und ich glaube, wenn das gelingt und man das deutschlandweit zu einem Zeitpunkt irgendwann auf die Straße trägt. Weil der sein wird, weiß ich nicht. Aber dass man sagt, wir wollen, das ist ein Gesellschaftsvertrag, das Grundgesetz, die Verfassung, wir wollen es thematisieren. Weil das ist die Zahl vor dem Komma. Alles andere ist dahinter. Das ist die Zahl vor dem Komma, weil danach kommen Medien, Bildung, Justiz und alle anderen Themen. Bis hin zu Krieg, Frieden, Militär, NATO, ob wir 8 Milliarden in die Ukraine geben, ob wir 100 Milliarden Sondervermögen haben für Krieg. 100 Milliarden für Krieg, Zerstörung. Und wir diskutieren über die Höhe der Grundsicherung für Kinder. Wir wissen, dass die Schulen mal hohe sind. Wir wissen, dass wir zu wenig Fachpersonal haben. Und das wissen wir seit Jahren. So, das sind aber alles dann die Teile sind nur ein Komma, weil die wesentliche Frage in diesem Land eben, wie wollen die Menschen in diesem Land leben? Wie wollen sie das künftig machen? In der Dimension, in der Größe nicht gestellt wird, wie es möglich wäre. Und wenn ich ein Bild, wenn ich Deutschland in Zentrale Europa sehe, das ist auch subjektiv meine Meinung nach Artikel 5 Grundgesetz, jeder das Recht, seine Meinung freien Wortschriften bildet, zu äußern, zu verbreiten, als wäre Deutschland in Zentraleuropa ein neutrales Land. Ein neutrales Land. Interessant, ihr beiden. Ich stelle gleich mal drei Fragen hintereinander und möchte gerne mal von dir wissen, Anja. In erster Linie, was ist euer Beruf, in dem Fall dein Beruf? Was ist unser Ziel für 2024? Und die dritte Frage habe ich gerade durch die Chemtrails vergessen. Also belassen wir es bei zwei. Was mein Beruf ist? Ja. Du meinst jetzt so richtig, mein Broterwerb. Ja, ja. Ja, mein Broterwerb. Ich mache Programmierung und zwar alles, was irgendwie so Webprogrammierung ist, auf Internet beruht. Also nicht Homepages bauen, sondern schon auch Anwendungen. Aber alles sozusagen beruhend auf Programmiersprachen, die irgendwie mit Internet zu tun haben. PHP, JavaScript, solche Geschichten. Und das mache ich für einen sozialen Träger. Ja, und die zweite Frage war noch mal? Die zweite Frage und mir ist auch die dritte wieder eingefallen. Die zweite Frage ist, was sind unsere Ziele für 2024 im Widerstand, in der Kritik dieses Establishments? Und die dritte Frage, was treibt euch beide an, dass ihr so unermüdlich euch immer wieder hinstellt und ja nun seit drei Jahren jeden Montag auf der Straße seid? Das würde ich gerne mal wissen. Also Thiel und was euch antreibt. Also was mich antreibt, ich glaube, ich habe einen sehr, sehr großen Freiheitspreis. Das ist überhaupt eine Frage, die mich auch umtreibt, seit wir auf Corona auf der Straße sind, die ich fast jedem, mit dem ich mich unterhalten habe, auf Demos gestellt habe. Warum gerade wir? Ja, also wir sind Ingenieure, wir sind irgendwie Arbeitslose, wir haben einen guten Schulabschluss, eine schlechte, wir hatten eine gute Kindheit, eine schlechte. Und warum gerade wir? Und das ist verbunden für mich mit der Frage, was treibt uns an? Ich habe unterschiedliche Antworten erhalten. Die eine, die mich sehr überzeugt hat, war, dass wir alle Menschen sind, die sozusagen auch für sich allein sein können und außerhalb der Gruppe. Und mich treibt an ein großer Freiheitsgeist, denke ich, ein großer Widerspruchsgeist vielleicht auch. Und was wünsche ich mir für 2024? Ja, das große Wort über allem steht im Moment, ist Frieden. Und damit meine ich eben, das ist, glaube ich, eine Begrifflichkeit, auch die wir vor uns in Rostock gefunden haben, dass wir gesagt haben, es herrscht ein Krieg gegen uns Menschen und dieser Krieg wird eben nach außen geführt und auch nach innen. Das heißt, wir haben Kriege in Europa, wir haben Krieg im Gazastreifen. Und das ist die Problematik auch bei allen Themen, wie man, so wie Jens sagt, alle Themen sollen Angst erzeugen und uns spalten. Aber das Problem ist, sie sind eben auch real. Der Krieg in der Ukraine ist real. Es sterben dort Menschen. Er soll uns auch ablenken. Und es gibt eben diesen Krieg, der gegen uns Menschen geführt wird, dieser Krieg nach innen. Das sind diese ganzen Themen, Impfung, digitales Geld, Kontrolle und so weiter. Deswegen ist das große Thema für mich, was über allem steht, Frieden. Das alles ist ein Krieg. Und ja, das gebe ich weiter. Das sind doch ein paar Antworten, mit denen ich sehr gut umgehen kann. Und du, Jens, in knapper Form, Ziele 24, was treibt dich an und was ist dein Beruf? Ich fange hinten an und wenn ich etwas vergesse. Ich bin ein Kind der DDR. Wir beide kommen aus Thüringen. Wir sind Thüringer. Das heißt, wir verstehen uns ganz gut miteinander. Also liebe Grüße nach Thüringen, aber auch an alle, an alle Menschen, die zuschauen. Bevor ich es vergesse, falls wir es noch nicht machen, an alle einen guten Rutsch. Ein erfolgreiches Jahr 24. Ich knüpfe mal ein Janja an. Frieden ist die Grundvoraussetzung für dieses Land. Und es tut mir weh, also das fange ich auch wieder hin. Es tut mir weh, dass ein Land mit dieser historischen Verantwortung, dass Schlagzeilen über die Ticker laufen. Das war im März, glaube ich, die deutsche Rüstungsindustrie muss auf Kriegswirtschaft umgestellt werden. NTV oder Pistorius, wir müssen kriegstüchtig werden. Das schüttelt mich. Da sage ich, also spätestens das war ein Grund mit der Panzerlieferung, wenn es zu viel wird, schnellst du es raus. Dass wir sagen, seit 31. Januar diesen Jahres, und vielleicht war Rostock die einzige Stadt in Deutschland, die das gemacht hat. Wir haben aber aufgerufen, das sollte in jeder Stadt sein. In jeder Stadt sind wir täglich vor die Rathäuser. Es gab nur das Thema Krieg, Frieden. Bist du für Krieg oder Frieden? Und wenn du für Frieden bist, dann musst du auf die Straße. Also machen wir das nicht, sind wir passiv. Passivität heißt Zustimmung zu Krieg. Und das ist die große Dimension. Und es ist traurig, um es mal sehr höflich zu formulieren, was in diesem Land passiert. In diesem Land, in dieser Demokratie ist es möglich, dass eine Partei ihre Wahlversprechen bricht. Keine Waffen, Rüstungsgüter und Kriegsgebiete. Und es sind die größten, meine Meinung nach Artikel 5 Grundgesetz, Kriegstreiber dieser Gesellschaft. Ein Irrsinn. Und es ist traurig. Die Väter, die Mütter, die Großeltern in diesem Land lassen es geschehen. Sie schweigen in der Masse. Warum schweigen sie? Warum bin ich so, wie ich bin? Warum sind wir so? Schau dir das Milgram-Experiment an. Das ist etwas, was ich erst im Sommer 2021 gesehen habe. Warum machen zwei Drittel der Menschen mit? Warum ist es wieder möglich, die Menschen für Krieg zu begeistern? Es ist genau deshalb möglich, weil es jetzt so ist, wie es irgendwann früher mal war. Man darf das ja gar nicht mehr so offiziell sagen. Es ist durch die Medien. Nur durch die Medien, durch die Mittel von Kriegsrhetorik und Kriegspropaganda war und ist es möglich, dieses Land, die Menschen, die Väter, die Mütter, die Größenmutter und Großeltern in eine Kriegsbereitschaft zu versetzen. Das will ich nicht. Ich bin 57 Jahre alt, habe drei Kinder. Ich habe drei Enkel. Es werden bald fünf sein. Und ich kann sehen, durch mein gesellschaftswissenschaftliches Studium in den 80er Jahren, was mit dieser Gesellschaft passiert. Welche Rolle Ökonomie, Profitinteressen spielen, ob Politik und Ökonomie, ob wir Politiker haben oder ob das möglicherweise nur Marionetten sind und und und. Und ich kann dem nicht zu sehen. Ich möchte, und das wollen wir wahrscheinlich alle, ich möchte jeden Tag in den Spiegel gucken können. Und vielleicht, weiß nicht, von mir der abschließende Satz, wir leben jetzt, wir alle Menschen, auch diese ganze Bewegung, auch die noch Mitläufer, auch die, die heute erst aufwachen, wir leben jetzt in einer historischen Zeit. Und es ist unsere historische Verantwortung, das zu erkennen, wenn diese Väter, Mütter, Großmütter das nicht in die Hand nehmen, nicht sagen, wir wollen das ändern, bleibt es so, wie es ist. Es ist unsere historische Verantwortung, der Geschichte, wird es in 20 Jahren völlig egal sein, ob wir das erkennen oder nicht. Es ist jetzt, es sind wir, es sind nicht unsere Kinder, es sind nicht die Großeltern, also meine jetzt, sondern es sind wir. Und ich wünsche mir, dass 2024 ein friedliches Jahr wird, dass die Menschen, jetzt werden ja diese Protestbewegungen kommen, sich zusammenschließen. Dass diese Spaltung der Bauern, wir wollen nur unsere Subventionen und die nehmen wir nicht, sondern es betrifft ja ganz Deutschland. Die Wirtschaft wird zerstört, das Werk von Generationen wird hier kaputt gemacht. Und wenn sich diese Wirtschaft, also Gastronomie, Mittelstand, Landwirtschaft bis hin, es geht ja bis in die Schulen, aber wenn die sich nicht zusammenschließen, wenn es nicht zu dieser Stimme des Volkes auf der Straße kommt, wir haben es ja schon einmal gehabt, es konnte verhindert werden, da gravierende Veränderungen hervorzubringen, aber ich glaube, dass der Januar eine ganz entscheidende Zeit sein wird. Die Frage ist, ob die Bewegung, ob die Menschen bereit sind, sich zusammenzuschließen und eben, ich habe das Wesentliche, die Zahl vor dem Komma zu konzentrieren. Was ist wesentlich, was muss dieses Land, müssen uns Gewalt sparen, was ist erforderlich, damit wir in einer Welt leben und wir haben es vorzuleben. Also die Welt, die wir haben, Pippi Langstrumpf, wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt. 2024 bist du dabei. Darf ich das noch was ergänzen? Unbedingt. Und während du das ergänzt, dass du gleich danach noch sagst, wo man sich beteiligen kann an dem Wunsch, die Welt so zu machen, wie sie uns gefällt, wo ihr jeden Montag startet und welche Uhrzeit das ist. Also nochmal zu der Frage, was uns motiviert, auch so lange durchzuhalten. Das ist, und das fiel mir jetzt ein, als der Jens geredet hat, wir leben im Moment wirklich auch aus dem Vollen, so sage ich es immer gerne. Wir leben aus dem Vollen, im Negativen, aber auch im Guten. Was wir in den letzten Jahren an Menschen kennengelernt haben, an tollen, integeren Menschen, was wir, wir vergeuden unsere Zeit nicht mehr mit Konsum, wie ich es früher vielleicht auch gemacht habe oder mit Konflikten, die lächerlich sind, sondern wir haben eine sehr sinnerfüllte, eine sinnvolle Zeit. Und das, also auch da ist alles da. Also das Potenzial der Menschen ist da, die Herzen der Menschen sind da, das ist alles da. Und wir sitzen ja an so einem friedlichen Platz und das passt auch nochmal zum Thema Krieg, Frieden. Also wenn man das hier sieht, es ist ein herrlicher blauer Himmel, die Sonne geht gerade so ein bisschen unter hinter den Dächern. Trotz der hohen Kriminalität. Genau, also ja, wir haben Liebespaare, wir haben Mütter mit Kindern und wenn man genauer hinguckt, haben wir eben auch sozusagen die Dealer, die irgendwie den Tod verkaufen und so weiter oder die gleichzeitig auch wieder Täter und Opfer sind. Das heißt, das alles ist nicht einfach und sich auf das Wesentliche besinnen, auf das, was wir fühlen, wieder mehr. Und die Frage, also wo wir uns in Rostock treffen, wo jeder tätig werden kann, natürlich kann jeder auf die Demos gehen. Die findet ja fast in ganz, ganz vielen Städten, also allein bei uns in MV, über Jahre, auch jetzt über den Sommer, selbst in kleinen Städten. Und wenn es 20, 30 Menschen sind, sie gehen auf die Straße, sie zeigen sich. Jeden Montag. So ist es jeden Montag um 18 Uhr bei uns auf dem Neuen Markt in Rostock. Und wir wissen von Menschen, die schon seit über einem Jahr gar nicht mehr zur Demo kommen, die mal früher zur Demo gegangen sind, die zu uns sagen, es ist uns trotzdem wichtig, dass es euch noch gibt. Dass wir wissen, die sind noch da und wir könnten da jederzeit noch hingehen. Was ich aber noch viel wichtiger finde, nicht jeder muss auf die Demo gehen, manche können es vielleicht auch gar nicht, weil sie eingeschränkt sind oder so. Wir wirken, glaube ich, am stärksten immer da, wo wir leben. Wir wirken in unserem eigenen Umfeld am stärksten. Bei meinem Nachbarn, zu dem ich freundlich bin. Wenn ich zu meinem Nachbarn freundlich bin, wenn ich sozusagen menschlich bin und da offen bleibe, dann wird es niemandem gelingen, so schnell mich als Spurbler-Nazi oder sonst was abzustempeln, weil der sich immer sein eigenes Bild machen kann. Ja. Wir wünschen euch einen guten Rutsch ins neue Jahr und eine gestärkte und transparent ehrlichere Gesellschaft für 2024. Das gebe ich mit und Frieden natürlich und Freiheit, was über allen Grundwünschen stehen muss. Liebe Grüße, abonniert den Kanal und folgt mir, wo auch immer ich bin. Ich bin am 22.01.2024 am Montag, 18 Uhr, auf dem Kornmarkt in Rostock. Liebe Grüße zusammen mit Anja und Jens. Welchen Markt? Ist das nicht der Kornmarkt? Neuer Markt. Neuer Markt! Der Kornmarkt war es in irgendeiner anderen Stadt, der 500 Städte, wo ich war. Und wenn es Fragen zu diesem Video gibt, dann bitte an Björn und dann werden wir Wege finden, zu kommunizieren. Insbesondere, wenn euch auch die Frage umtreibt, ob es diese eine Frage gibt, die uns vereinen kann und wie dieses Land souveren wird und friedlich wird. Super. Also, macht's gut. Tschüss bis 2024 oder ich mach morgen nochmal einen. Rücktritt, raus aus unserem Bundestag. Rücktritt, Schluss mit diesem Volkparad. Rücktritt, raus aus unserem Bundestag. Rücktritt, Rücktritt. Rücktritt.